So, das nächste Kapitel, Buße. Wo ist denn der Kleine? Hugo! Hey, wo steckst du, Kleiner? Hugo! Er will bestimmt zu seiner Mutter, oder? Oh nein. Er ist... weg. Oh, das ist ja eine Scheißwende. Ei, ei, ei. Hugo! Antworte! Hugo! Oh! Oh! Oh. Oh, mein Kopf, sachte, ganz langsam, nicht, anhalten. Ich finde, Ugo, weiter. Das hoffe ich doch auch, dass wir ihn packen, äh, Finn. Hey, wartet, hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia, fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Äh, Claire, wie? Seid ihr das? Habt ihr Ugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich hab auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Wo ist Ugo? Ich glaub, dir ist ganz schön auf die Birne gefallen. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Boah, der hat hier die Pestbeulen im Gesicht. Ich habe mich nicht getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergisst sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Ugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Deswegen träumt sie wahrscheinlich. Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Ugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Ugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig. Lass mich los. Ugo, nein! Lass mich in Ruhe. Ugo. Wo bist du? Lass mich raus! Oh. Lass mich raus! Das ist er! Ich will nach Hause! Ugo! Lass mich gehen! Er ist hier! Oh Gott sei Dank! Hör auf zu prallen! Moment! Aufgepasst! Da ist jemand! Hör auf zu prallen! Alles klar. Ja, wenn man die Stelle nicht kennt, wird es echt schwer. Ja, Ugo. Wo bist du? Lass mich in Ruhe! Das ist er! Ich will nach Hause! Ugo! Lass mich gehen! Er ist hier! Oh Gott sei Dank! Hör auf zu prallen! Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht! Ha! Das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf! Lacht nur, solange ihr noch könnt! Was ist hier passiert? Hey! Ist dir gut? Ja, pass! Kommt her, ihr fein Hunde! Ich brauch's in Steine! Ich hab keine Steine! Habt ihr euch also versteckt! Okay. Ich weiß ja auf jeden Fall, wo die Steine es sind. Dann ist das ja kein Thema. Dann kriege ich das auch hin. Lass mich gehen! Ugo! Wo bist du? Hilf mir! Was ist der? Ich will nach Hause! Ugo! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Oh Gott sei Dank! Hör auf zu prallen! Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht! Na! Das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf! Lacht nur, solange ihr noch könnt! Uah! Da seid ihr hier! Zeit für eure wohlverdiente Strafe! Amicia! Ich bin hier! Alles wird gut, Ugo! Es ist vorbei! Oh, super! Wir haben ihn gefunden! Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein! Aber warum bist du davon gelaufen? Ich hab Mama gehört! Sie hat nach mir gerufen! Das muss ein Albtraum gewesen sein! Nichts weiter! Ich dachte wirklich, dass sie es war! Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist! Darüber haben wir doch gesprochen! Aber... Sie ist fort, Ugo! Das musst du akzeptieren! Gehen wir zurück! Na gut! Wir müssen zurück zum Chateau! Ich hoffe, das ist ja der richtige Weg! Mama! Amicia, das ist Mama! Ach, was? Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein! Du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Ugo! Ich komme, Mama! Komm zurück! Ja, ist doch klar, dass der Clan neben Mama sehen möchte. Die haben die bestimmt gefoltert. Nein, Ugo! Da! Sie ist da drin! Mama! Hör auf! Das ist sie nicht! Nein! Nein! Ugo, ich brauche dich! Ich komme! Wo bist du? Das ist nicht Mama, Ugo! Mama, ich kann nicht... Alter, was geht denn hier ab? Haltet den Mund! Lasst mich gehen! Ich habe es für ihn getan! Und ich würde euch wieder töten! Ich würde euch alle töten! Oh nein! Nicht sie! Nein! Ugo, bist du das? Ich bin Ugo! Ich bewege! Ich komme! Aus dem Weg! Lass mich durch! Was tust du mir? Komm her! Das ist doch kein Ort für ein Kind! Was? Fass sie nicht an! Wo ist deine Schüsse? Ugo! Nein! Ich höre jemanden! Oh, ich höre jemanden! Oh, die sehen kein Licht! Oh, übel! Gehen wir zu deinem Mutter! Alles klar! Ugo! Ugo! Nein! Ich werde! Ich werde! Ich werde! Ich werde! Ich werde dich auf, aber... Oh, Mist! Oh... Can we stop? Vielen Dank.